Willkommen bei Warft. So, war bei Warftilein, auf der falschen Insel, was aber wie auch immer, aber ich will ja nicht weckern, denn ich habe hier Holz, ich habe Melonen. Ich habe das, was ich schon lange nicht mehr gefunden habe. Und wenn ich Glück habe, finde ich auch noch Dreck. Ich wundere mich da, warum ich diese Erde nicht mitnehmen kann, weil hier ist ja alles voller Erde. Und den Kugelfisch, den kann ich mir auch noch holen. Blumen muss ich mir auch noch irgendwann. Wenn ich genug Kisten habe, dann werde ich auf jeden Fall Blumen holen und dann bin ich auf jeden Fall durch. Gut, die Frage ist, ich habe die Insel jetzt einmal umgerundet. Jetzt bin ich aber langsam mal rauf hier. Aber ich habe auch einiges übersehen wahrscheinlich, hier unten. Wie zum Beispiel vielleicht, wenn ich mal hier lang gehe. So, jetzt sind nämlich noch ein paar andere Bäumchen. Okay, hier ist nichts. Mal hier. Ich wusste doch, dass hier irgendwas war. Dann gehe ich gleich mal dieses Loch hier rein. Ah, dafür ist die Schaufel. Da. Ich kann jetzt wieder neue Sachen freischeiden. Darauf habe ich lange gewartet. Schön viel Dreck mitnehmen. So. Inventar. Na ja. Auf jeden Fall kann ich ein bisschen was sammeln hier. Die haben viel mehr Dreck hier auf den Inseln jetzt. Ich weiß noch, vor dem Update, da war weniger gewesen. So. Noch mehr Dreck? Na, Mensch, diese Maß. Und da war vor allem nur eine Truhe gewesen und nicht zwei. Und ich bin gleich wieder voll. Das bedeutet, eine Truhe statt zwei. Also zwei Truhen statt einer. Das ist krass. Ich muss zum Schiff. Ich muss mich lehren. Mensch, also ich kannte das noch anders. Also. Ab zum Schiff. Die Bäume kann ich wahrscheinlich schon gar nicht mehr mitnehmen. Den schon, weil da habe ich das Inventar. Ich weiß noch gar nicht, wo mein Schiff gerade ist. Schnell da hin. Schnell da hin. Da ist es doch. Ja. Es wird immer größer, das Schiff. Und dann muss ich wieder auf die Insel drauf. Aber ich habe keinen Platz. Und ich brauche Platz. Ähm. Mist. Ja, ich hänge irgendwie fest mit der Hand. Was ist dann? Wo ist er denn? Hallo? Füch? Ich bin sehr ganz gut. Redaktionional. Ja, ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. So. Ach Mensch, ne, das wird mir zu blöd. Ich werde mal hochgehen, den Sperr mal mit reinnehmen, weil das ist ja... Und vor allem mal schlafen, weil ich sehe meine eigene Hand nicht mehr vor Augen, dann wird es ja immer dunkler. Gut, hier kommt das erst mal alles voll. Kommt das hier erst mal rein und noch irgendwas, was hier rein kann? Ne, du, dann, so, dann kommt das hier auch, diese ganzen Blättchen hier kommen rein. Dann kommt hier das Holz, ja, das, dann kommt das auch mal hier rein. Und die Erde lasse ich mal. Und wir bis auf einen. Ah, Holz. Ich schmeiße das Holz erst mal raus. Dann, das kommt oben hin. Das kann hier rein. Und ich werde jetzt erst mal schlafen gehen, weil ich sehe nicht mehr. Ich wollte auch keinen Kugelfisch sehen, aber ich sehe nicht mehr. Ich bin blind. So, der Durche hat den Hunger wieder wie jede Nacht. So. Gut. Dann habe ich hier. Komm. Ich hoffe, ihr müsst. Das habe ich jetzt hier. Und jetzt kann ich das machen. Und wieder die Grünfläche freischalten. So finde ich die Grünfläche. Da. 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 Nö. Hier. Dazu brauchen wir auf jeden Fall Schmutz. Habe ich einiges gesammelt. Blanken. Und Dings ist okay. Kann man mitnehmen. Äh. Jetzt. Ich habe hier noch einiges am Material. Das kann jetzt hier rein. Das habe ich gefunden. Und jetzt muss ich aber auch wieder rüber. So. Na. Ich dachte auch mal. Hey. Gott. Gut. Das ist schön. Ich habe das mal. Ich weiß. Ich bin schon wieder am sterben. Aber der Grüngefisch wollte ja auch nicht sterben. Ähm. Das mache ich mir gleich mal hier rein. Bei Errungenschaft. Das ist ja ganz wichtig. Das kommt. Und. Ähm. Mach ich jetzt mal so. Äh. Hier rein. So. Gut. Das ist Schießpulver. Und jetzt kommt hier. Hier ist alles voll. Alles voll. Hier leer. Da. Dann kann auch der Mist mal kurz rein. Ähm. Und jetzt gehe ich weiter. Jetzt will ich rüber. So. Im Sprung hat gefuttert. Aber der hat mich auch nicht viel gebracht. Okay. Dann mal gucken. Ich muss jetzt auf jeden Fall hier rüber. Ich weiß ja wie ich irgendwie drauf gekommen bin. Ähm. Achs wollte ich haben. Weil ich muss dieses Schießding da machen. Damit ich die Tiere fangen kann. Dazu brauche ich erstmal so eine Art Gefängnis. Okay. Jetzt sind hier noch irgendwelche Bäumchen. In der Hülle war ich gerade gewesen. So. Leider schmeißt er die Samen nicht raus. Das finde ich schade. Ich hätte mich gefreut. Ähm. Ja. Wie geht's denn hier hoch? Ich will eigentlich hier hoch machen. Also. Hier geht's schon mal nicht hoch. Das finde ich schade. Ich will eigentlich den Berg hier hoch. Gut. Das Bildschwein kann ich später noch abschießen. Weil daraus kann ich Leder machen. Weil ich brauche eine größere Tasche. Für mehr Inventar. Hier komme ich nicht rüber. Okay. Das ist ein bisschen doof. Weil. Ich würde schon gerne hoch. Aber. Ich glaube. Es geht langsam hier hoch. Es geht langsam hier hoch. Ja. Es wird doch langsam. Gut. Kann ja nicht sein. Dass man ja. Erstmal. Na. Ja. Soll ich wenig klicken. Das ist wie gesagt. Laptop. Äh. Laptop. Maus. Und. Ja. Deswegen ist das manchmal etwas lauter. Jetzt bin ich erstmal hier oben. Ist hier hinten erstmal was. Bevor ich hier weitergehe. Keine Melone. Nicht. Kein Baum. Nichts. Gut. So. Wenn euch die Folge gefallen hat. Dann macht mir ein Abo. Like. Kommentar. Überlasst mir irgendetwas. Und ähm. Ist kostenlos und geht schnell. Ich melde mich in der nächsten Folge. Und. Ich freue mich euch dann wieder zu sehen. Diejenigen hier schauen. Und ja. Bis zum nächsten Mal dann. Bis dann. Auf viel Spaß. Tschüss. Tschüss.